Herzlich Willkommen zu der ersten Folge Puff of Exil. Also das ist jetzt der Charakter mit dem ich jetzt hier aufnehmen werde in Zukunft. Weil mit meinem anderen Account, da bin ich schon für 26 und deshalb wahrscheinlich schon, oder wenn ich hier noch etwas weiter hätte, das wäre wahrscheinlich schon etwas für euch etwas langweilig. Deswegen spiele ich hier mit einem anderen Charakter und ja, schreite ich natürlich mit gar nichts. Ich nehme erstmal hier hin. Ich werde das jetzt machen. Ich dachte, ich sehe ein paar Schmuck rüßt, nur nach dem hier. Es wäre wert, wenn ich... Nyaaah! so fertig machen so ha 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 so sorry für die kleine ruckler auf fire yo los geht so das ist hier hier also ich kenne schon ein bisschen mit dem ein paar verwechseln Sachen aus weil ich ja noch vom anderen Account da hab so oh schön, hab gehackt Hilfe, politische Viecher das Handy, ja, den kenn ich auch nicht, ich fress sie nie ok, das haben wir so 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 So, mit euch wollen wir jetzt nicht lange auf. Oh, was ist das Ding? Unterstützung in Karnavoge. Oh, was ist das Ding? Oh, was ist das Ding? Okay. Sehr interessant. So, du 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 du. Oh, ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal, ich sag. So, immer gut ausrüsten hier, joo, joo. Ausrüstung immer sehr wichtig Leute, in diesem System hier. da bin ich schon Level 2, so dann geben wir nicht, ups, auf jeden Fall, P für Fähigkeiten, so, wie ihr seht, kann ich jetzt nicht hier direkt, da unten hier so stärker und so, Level nicht kann, nämlich jetzt hier Intelligenz, und so, Zauberschaden, so, was ist denn wichtiger? so, wie ihr seht, haben wir jetzt 15 Schild und mehr Mana, weil wir uns jetzt, das sind hier Dings, die in diesen Punkt da reingesteckt haben, stirb, stirb, du auch, so, oh, oh, noch mehr von euch bam, 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 schön zwei Hälften gezaubert so ach du scheiße, das ist schon der erste Boss, den wir da haben brenn, du komischer Untoter, brenn und das hätten wir einfach erhoben, nee treibholzkamera so so 11 Stärke, so, ich könnte jetzt das, das nehmen, weil das, ich kann das jetzt nicht nehmen, weil ich kein Dings hier bin Energie, ich finde ich, 117 Intelligenz überhoben, vielleicht und Zauberschaden und Zuberschaden vielleicht, so ich glaube, das wird zu Beginn wird es, glaube ich, erstmal so eine kleine Anfangs-, fürs Anfangen das ist nur klein, nur so klein nicht, vielleicht so zwölf, dreizehn Minuten Folge ich bin mir aber noch nicht sicher, vielleicht auch nur, pfff vielleicht noch etwas kürzer, ich muss jetzt noch hochladen so so wie ihr seht, wir sind jetzt in Löwen Löwen August wacht und hier sind wir sicher hier sind auch andere Online Spieler, zum Beispiel wie der hier so ja, sorry für die Ruckler noch mal und haben den Wegpunkt aktiviert was, wie ich schon sagte, sorry für die Ruckler, das kommt jetzt wahrscheinlich mit den ganzen Spielern, die hier in der Lobby rumhängen so, wir reden erstmal mit Bessel okay, so wäibhisch, wäubhisch, 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 wäubhisch in raivklopz das ist die erste line of the poem im richtigen über dich, Ruckler easy easy you could scroach your und everything like that the names best of captain of the good ship merry go at last my merry go but my wits remain after fashion e ja Mit Nässe. Lesen ist etwas langweilig. Jüngchen kaufen. Das wollen wir natürlich nicht. Gott hat uns nicht abandelt. Ja, wie ich schon zweimal erwähnt habe. Hoffentlich hat es euch gefallen. Hat es euch gefallen, sorry. Hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr nicht weitere Videos verpassen sollt. Ja. Liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Und ja. Das war's von meinerseits. Lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und. Sag ich jetzt mal. Für die Leute, die jetzt Wochenende haben. Oder das Wochenende jetzt nach der Schule müssen. Sag ich jetzt. Schönes Wochenende. Und. Tschüss. Tschüss. Tschüss.